So, Moin, ich bin's wieder, also ich bin hier im Bad und was ich mal machen wollt, ihr seht schon, Duschkopf, ich brauche gar nicht viel reden, auch hier die Wasserhähne, voll verkalkt, wollte ich nicht viel sagen, ich versuche einfach mal den Essig einzulegen, über Nacht und dann mal gucken, ob der Nacht besser aussieht, der geht noch relativ, aber wenn man halt wirklich mal den hier anguckt, also ist das halt schon heftig verkalkt, genauso wie der Duschkopf, ja, wie gesagt, noch sieht alles so aus und ich bin echt spannend, wenn ich ne Nacht oder Tag den Essig einlege, ob der noch besser wird, anscheinend soll es besser werden, aber ich teste es mal, ne, bis dann. Alter, ich hab die jetzt da reingetan, alles, äh, 2 Liter Essig, ich krieg mein Handy, egal, als 2 Liter Essig und genau mal gucken, ob dann was taugt. Also, ähm, hier hab ich ganz einmal acht, ne, ich sehe schon den Drang gehabt, man sieht schon, wie hier, ich war noch nicht ganz weg, aber man sieht, wie hier so zurückgebildet hat, ist auf jeden Fall besser geworden, obwohl ein bisschen rostig aussieht jetzt, egal, ich denke mal, mein Wasser geht's weg, ja, aber ich hatte schon mal getan auf jeden Fall, you know. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020